im anfang keiner drin ich habe ihn auch am anfang her und krägt und ich bin so ehrenloser ich bin sehr schade dass die mann ist an der aussehen ist ein schaden ja ich kann halt selber nicht dafür ich weiß nicht wo ich dich entbangen soll n kann man wissen sie muss sehen da müsste ich gefühlt drei millionen meiner leistungs durchschauen und darauf habe ich ja keine lust so haben wir wort und jetzt hier vorne dran geht es ja macht doch ein zweiter kommt in den mann treffen stimmt ja nee ich kann kein zweiter krank machen warum auch bei e-mails oder so nein 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 passworte musst du auch haben du musst erst immer geben danach passwort und dann auch kurz nein mach dir eine neue e-mail dann hast du schon ja oder du gehst auf passwort vergessen e-mail oder telefonnummer warte mal leonie dann gehst du einfach auf passwort vergessen oder das alles gut ich hab schon sie muss ich nur eine neue e-mail machen hat die auf meinen account ok warte ich nämlich es einfach lehrer müller leo müller weil er aus lea müller ja keine ahnung ich glaube eine neue also gültige e-mail ich einfach leonie die süße oder so nein nein macht die neuen konto erstellen bei e-mail so weit ihr auch so ja schon reifu kreed am a-m-m-m-hat-elite look around stay no pisho down seat kishin bang monga double in my heat i double a-s-i no pisho down seat reifu kreed eine aimlos mit deinem ok man das heißt kränken kränken sara steffen spin has h7 aus fm ok patrick wörter kregen du boss dort wie sei kreken da könnte ich jetzt auch keine metz oder ja keine mit danke dafür ich hab dich nicht gesehen ja ja mannay bis jetzt hier kommt aus dem herr hat noch ein Juck! Juck! Aua! Das geht nicht Ich stelle dir einfach eine neue E-Mail Ne, ne warte mal Ich muss eine neue E-Mail machen, dann kannst du auch äh Warte doch mal, ihr schließt mich Ja, okay Da kommt du hinzufügen Und hier Du hier und sohn Ja, schuld mich Nein, okay, mach Wirklich? Mann, ich stand hier Hat sie so gewartet vor dir Na, ich fälltschrecken Rein mir nur ich da auf Schleim Was? Das geht nicht Das geht nicht Geh mal auf, äh, E-Mail Ja, ach, ich schieb mir Das geht nicht Da gib einfach eine Telefonnummer Vergewaltigung Vergewaltigung Warte mal, Leonie, Leonie ist auf eine andere Idee Wenn du deine E-Mail nicht angeben kannst, dann gib einfach deine Telefonnummer ein, das geht doch auch Schlaumeier Schlaumeier Sie braucht nicht mal das Passwort, dummer, ne? Ja, aber Sie kann doch ihre Telefonnummer angeben, wenn sie keine E-Mail Nee, ich geh auf YouTube Dann auf Konferenz hinzufügen Dann muss ich jetzt erstmal mal ein Passwort eingeben Das weiß ich ja Dann auf Konto erstellen Für mich selbst Vorname Zum Beispiel Lea Nachname Müller Dann Geburtstag eingeben Wir machen Geburtstag, wo du, äh, über 18 bist Ja, mach ich ja Du, du Weiter Um das Konto zu erstellen, müssen sie zuerst einen dieser Schritte ausführen Entfernen sie alle anderen Kontos dieses Notas Erstellen sie unter Einstellungen, Nutzer, neue Nutzerinzufügen, einen neuen Nutzer Einen neuen Nutzer muss ich machen Ja, wenn ich auf Einstellungen gehe, da steht nix von Nutzer So, hä? Ich check das nicht Das kriegst du schon irgendwie hin Oder Mh 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 Warte ich muss gleich mein Ding zu anders hinnehmen Weil über Eifel kann ich kein Besonderer machen Aber man braucht doch, um ein Erkrank zu erstellen, Kurt oder? Mh Handy, das passt die E-Mail und die Passwort und geht das Achso ich dachte, ich muss mein anderes Handy gleich auf Laden machen Guck guck du keine Schlampe Guck mal wer da ist Guck guck du keine Schlampe Guck mal wer da ist Guck mal wer da ist Hey Guck mal wer da ist Hey Warte Guck mal wer da ist du jetzt reicht kommt doch jetzt habe ich ein ground und hau in zu liga ich muss nur Ich habe die 6. AP! Ich habe die 6. AP! ja das geht nicht es geht nicht dann weiß ich auch nicht weiter ich könnte dir eigentlich meine e mail geben weil ich habe ich habe eine eigene aber meine hätte sind auf outlook darauf angemeldet ja moin ja würdest du mir da nicht geben warte mal ran wir ja eine frage ja ich habe auf meinem google account von meiner mutter muss ich eigentlich mich also ich habe e-mail-adressen bei dem google kommt von meiner mutter also von meinem besser gesagt verknüpft wie mache ich das dass dann die kurz an meinem handy gesendet werden muss ich dafür bei deiner mutter braucht ein eigenes google-konto nein das kommt automatisch muss bei der mutter das entkriegt nein ich wollte gerade was machen ja warum ich kann keine mode es geht nicht ist ein müll nein ja keine ahnung es geht nicht ich versuche mich anzumelden weiteres content zufrieden ich versuche mich anzumelden e mail oder telefonnummer jetzt brauche ich eine e mail und ich kann meine nicht nehmen und eine komplette also eine erfundene kann ich auch nicht nehmen weil es ja dafür kein konto gibt du musst ihn neu machen ja wie denn ich also ich könnte dir eventuell meine geben braucht sicher kein code doch doch man braucht ein ich weiß nicht manchmal kommt man ich bin nicht weil bei mir war draußen und ich habe mich mit meinen also 19 jahren gemeldet und dann brusten code weil das wäre eine zweite weiß ich halt nicht manchmal kommt ein code man und wenn die nicht habs noch nicht mehr von 8 da bist du zu klein und spächt große künft wunderkunden ja ja Jaaa! Arme Narkoim. NEIN! Ich weiß, dass es Jump wird. Ja, wow. Egal, die haben die Lackenböse einfach. Warte, ich kann dir eins machen, warte. Ich kann zum Zusehen. Ja, dann soll ich die E-Mail. Ja, und dann... Ich mach... Nachname... Schmal. Was für Hans? Hans Günther. Tag... Äh... 19. Monat. Ich hab... Ja... 1880. 2000. Ja, genau. Nein, ich mach... 1999. Ja, okay. Da bist du... Da bist du 21... Nee... 22 Jahre alt. Hahaha! Leonie... Nein... Leonie... Hans... 8. 840. 4,3. 8,4,3. Weiter... Was soll ich laut sagen? Ich bin im Stream. Oh, okay. Ähm... schreibe schreibt schreibt mich dann über whatsapp und ich schick sie ja dann okay ja so machen wir es weil ich mich mal wieder in mann ist und ich will mal wieder deine nauschen empfangen was ich will mal wieder den nauschen empfangen bestätigen ich nehme zu okay fertig ich schick das lieber flüstern links dann kann ich jetzt nicht lesen ich werde früher habe ich und manuel uns gehasst und jetzt gefühlt best bodies die kackwurst mein bester freund die kackwurst ist mir ein guter kamerad ok warte e-mails mir und die hans 8 ich habe es immer durch nicht anzuhalten ich habe mein leben verlaut das wieder zu ich schreibe das hier überhaupt nicht hier man sind immer die nachrichten angekommen ist angekommen die uni wird mit e geschrieben das weißt du egal das muss jetzt so sein ist doch jetzt egal ich kann ja meinen namen auf youtube ändern also so ich habe dir beides geschickt gleich eine gruppe mit mir mit dir und mir und leonie ich habe ich mache immer meinen namen mit die e bc an es gibt welche die leonie mit y passwort alles kleine ja ist ja auch alles klein geht ja nicht du musst dich anmelden nicht bei er muss ich ach nee nein ihr seid so doof ihr müsst du musst dich ja neu registrieren nicht anmelden nicht so konnte muss er auf e mail dann gehst du rechts auf deinen links da wird le oder wie dein namen hat auch immer anfängt also nach erwartet es konnte hinzufügen drauf und dann weiteres konto hinzufügen gehst auf google ja ja bin ich ja bin ich ja e mail ich könnte jetzt einfach ein headshot geben mach wirklich nach ganz sicher ran wir du hure sohn falsches passwort was ist so ein jetzt hier ohne die e klein und 78 geht nicht nur ein du musst leonie mit ehe ohne e eingeben hab mache ich ja Warte kurz, ich ändere dann Passwort. Persönliche Daten. Passwort. Sag mir dein das Passwort, ja? Let's pass... Mann. Ob bist du... Ich bin im Roten Haus. Und formen ein bisschen Stein. Oi. Ich kann es nicht mehr. Ist so voll? Ne. Geh jetzt bin ich voll. Ist die voll? Ist die voll? Ich habe ich schon. Holz und Steinmetall habe ich schon voll. Nein, du bist weg. Jo, was war das jetzt? Dann mir. Ups. Ja. Schreibst du mir dann das Passwort über Ding? Mach ich gerade. Okay, hab geschickt. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Nein. 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 Danke fürs maskieren, wir probieren, ob funktionieren. Äh? Hast du denn hin, du bist nicht? Nein. Nein. Mano, wo bist du so hängig wie die... Ein Mann lebt hinter dem Mond, merke ich gerade. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Nein, hinter... Nein, hinter... Äh, dieser... Wie heißt der kleinste Planete? Äh, auf Dinkse. Ja, dieser Babyplanet oder wie man... Pluto? Ja. Und auch sowas. Ich wohne nicht um Pluto. Falsches Passwort bitte noch einmal. Passwort vergessen, klicken um das Passwort. Mach mal Passwort vergessen. Letztes Passwort eingeben, es ist Leonie, ähm, Bündelstrich 187, nein, 178. Oh, scheiße, ich hab das komplett falsch, oh. Oh, da merken wir. Ja, ja, also, ich hab auf deinen Namen geguckt, deswegen 187. Ähm, dein Ernst? Anni, jetzt hab ich meine E-Mail aus der Serie angeben wegen Leonie, also Leonie, Hans. Leonie, Hans, 8, 4, 3. Okay, warte, 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 warte. Leonie, finde ich dich 178. Ja, ich stimme zu. Ich stimme zu. Man, er liefst die Team edit. Ich schau Leonie zu. Oh, war. Der zweitwichtigen Person ist meine AFL. Was machst du? Egal. Musst du nicht verstehen, Ranbier. Bitte warten. Au. Bitte warten, mein bester Freund. Die Kackwurst ist mir ein guter Kamerad. Mein bester Freund, die Kackwurst wird bis zu einem Meter groß. Also bitte warten, bitte warten, bitte warten, bitte warten. Ey, stopp, ihr ist Internet-Levonie. Ja. Ja. Ich starb ich jetzt hier. Ja, ich hab's. Ja. Ja. Nee, ist nur noch auf YouTube. Ja, 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 mach ich hier grad. Das läuft, ist klein Manuel. Ja. Ja. Und da freut sich die kleine Leonie auch. Ja. Ja. Manuel freut sich. Um ein. Was? Nicht. Besserst du? Bei wen hat's Bink gemacht? Bei mir. Wer ist das? Skopje. Ab, nee. Ist gar nicht mehr. Poderwieser stream ist seit bald einer halben Stunde und hab nur vier Nachrichten und keine Zuschauer. Ich hab bisher zwei Zuschauer. Mein Kanal ist nicht mehr so populär wie früher. Ne, und ich tröste mich. Immer schritten. Nicht, nicht hören. Oh mein Gott. Nicht mit dir. Oh, es geht nicht, hä? Boi, 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 boi. Oha. Warte, Daniel. Okay, warte, float du mich. Warte, warte. I have it, I have it. Manu! Ja, schreib rein. So. Leonie, guck mal auf dein Screen-Cord. Oh. Mann, ich, 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 ich... Geh weg, oder ich kill dich. Ich kill dich. Ja, okay, komm her. Oder so. Hahaha. Ich hab, ich wollte dich eigentlich gönnen, aber dann, wo du gesagt hast, ich kill mich, dann wollte ich dich nicht mehr gönnen, dann muss ich mehr gönnen. Okay. Die Kugels. Und erst ist ein Account. Was? Hast du jetzt ein Account? mein bester freund die kackwurst ist mir ein guter karte geht schön macht die kundin die auf dem bild leonien mein bester es geht ja endlich mann machst du eigentlich weil sie die beste freund die kackwurst rein schreit die schwingen sympathisch die ich bin ein guter kammer ein guter kammer abgarten die Die Kackwurst Du kamst hier aus der Pouch Mein bester Freund Die Kackwurst Es ist zu einem Meter groß Mein bester Freund Die Kackwurst Wer macht das eigentlich an? Manon Die Kackwurst Die Kackwurst Die Kackwurst Auf dich Die Kackwurst Die Kackwurst Die Kackwurst Schämlich nicht Der größte Fall Der Kackwurst Ist der schlimme Kackwurst Von Weit und Hass Durch Kackwurst Ich geb dir einen Weg Mein bester Freund Die Kackwurst Muss leider tanzen Manonel Nein 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 Ist sehr gut Ja Das Hab ich doch schon Mein bester Freund Die Kackwurst Meine Zeit ist Ohrwurm Ist halt ein Ohrwurm Mani ich hab der ersten Ohrwurm Davon Adonstell wieder ein kreativ back weg digga keine ahnung da bleibt vielleicht für immer sehen kann sein dass den firma geht vielleicht aber auch nicht das bist du aber ich bin so fest okay ich kann euch nicht danke ich bin manuel dahinter, manuel kippt da rein du kleine Seidt! Gong! Tut mich! Baby Yoda Bill Was? wo bist du ich komme ich kann ja ich kann auch was schon ist gut ja alles gut konnte ich möchte ich kann es doch so schnell auf kontrolle ich versuche es kannst du das geht 30 sekunden lang erst mal daumen an küssen weil mein daumen wird danach wird sein nein ich versuche mal auch so schnell warte wenn du wirst es wie schnell ich auf keyboard kann ich wollte nur ein trick mit dem machen so warte ich weiß ich komme zurück jetzt hör auf zu impulsen okay hör jetzt auch zu impulsen ich will dir gleich meine edit zeigen ich muss nur noch anschließen ich kann nicht unsichtbar machen und welche kannst du passt noch zu editieren edit modus habe ich er editieren habe ich gehe also bearbeitungsmodus wenn du auf deutsch spielst bearbeitungsmodus aber baumaterial ja ich mache das auch mal was ich zeigte war der warte ich sagst ja okay was muss man noch was muss man noch als schimmer ich stehe kurz auf deutsch waren wir warten ok warte du bist jetzt bei bauen oder ja gebäude bearbeiten hast du auf elf ich habe nicht mit mausten tastatur achte spieler controller nein ich bin mit maus noch dann kannst du es dir eigentlich und knicken lassen na ich mache rechte rechte taste bestätigen wo kann ich bestätigen also auswählen warte das ist eigentlich eins unter gebäude warte mal das ist das ist zwei unter bildet also du hast ja bauen bearbeiten das gebäude bearbeiten auf rechts gemacht oder nein links ja okay zwei darunter ist da bild also gebäude ding da bestätigen machst du rechts ok 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 wir schauen in ihren gebäude schon liegen gebäude unendet ja ich möchte so schnell dass ich nicht mehr dings machen kann juli es leise geht auch an tisch raus so schnell dass ich nicht mehr dings reinkommen ja ist bei mir auch so manchmal ich kann es immer auch auf und oder besser jetzt kommt und trotzdem schneller als du falsche taste ich floated ich mal auf keyboard ok warte hier ja mach jeweils das zum was soll ups ich wollte ich jetzt jo die meinte was geht mein bester freund mir ein guter kam er hat und man mir um die von der semi roma der ist eine arena spielen arena mit leoni ja er ist ein schlimm ja mich schocken schon noch ein bisschen meine punkte spiel wenigstens irgendwie versuchen champ noch zu erreichen wir machen das mit der freund kackwurst ich spiel gerade keyboard ich kenne ein clip von montreal da hat er seine sprung taste im flug so an das durchgesperrt mann ich will irgendwie wieder tanzen wegen durch schon so scheiße bin ich aber nicht auf keyboard oder nein noch irgendwann noch besser soll ich dann auf keyboard wechseln oder n nirgendwann die nirgendwo die die lösung von der länder aufrufen auch noch eine runde arena probieren kommen so viel minus werden wir jetzt schild er hat ist genauso gut wie du mann fast ich finde es genauso gut wie du ich habe den cup spielen ich wusste dass es kommt und ja 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 was war dann mal ich will mal was gucken freundschaftlich was ich hab dich lieb ja ich bin auch ich frag mich halt die ganze zeit eine sache welche will ich nicht laut sagen nein kannst du es mir schreiben ich weiß nicht nein weil ich auch im stream bin kurz auch keine zuschauer trotzdem er sollte niemanden muss peinlich sein machen seit wann habe ich tausend 100 punkte läuft mehr als ich hatte mal die mal 55 ok leonie schreibst du jetzt mal lachen die ich war seit monatlich mehr online ich esse meine gummi bärchen weiter schmecken wie es keine ist denn cola man ja wer heißt in clash royale das bin ich ich weiß wie bist du auf diesen namen gekommen digga die russen werden nicht zerfetzen ich mache es jetzt mal nicht laut vorlesen wenn es geht nein nicht du was sie schreibst du schreibt mir das auch ich schreib dir gar nichts sofort machen nein oder leonie soll ich ok hat er waren wir kinder cup um acht wir spielen den ach du scheiße ich muss euch mal kurz ein handy wieder machen was muss er handy ist beim hochwasser oder was ist bei ihm ich war am ende holt dass du so ein seepferdchen aus gummi raus und schlägt sich rein und schwimmt ich weiß nicht ob man es genau sieht aber ich habe nicht so viele anschlagen alter nicht dass du hier wohnen willst ne und ich habe es jetzt mal gesendet sollte gleich ankommen ich teile so nach dir ran wir ja ist bei dir die hochwasser in niedersachsens oder janitor sachsens hochwasser bei mir ne ich schon glück ja bei uns auch nicht wir teilen ran wir schicken jetzt ja ok jetzt lässt es nach oder wie ich habe mir erst gerade bei mir hat eben richtig runtergestürmt weiter hochwasser gut für ein paar sekunden nur aber trotzdem war daran ich mach dich anführen hochwasser schicken warum das am wenigstens punkten ich hätte mehr punkte eigentlich schicken schicken Oh. Ich hab ne Nachricht. Ach du hast mir ein Video geschickt. Mhm. Ich seh gar nichts. Ich seh nur ein paar Wolken. Ja, mehr auch nicht. Ja. Mein bester Freund, die Knus. Oh, hier ist der Geisteskin. Könnte zu dir passen, Leonie. Mhm. Wohin? Hier oben. Okay. Die Kackwurst sucht auf dich. Die Kackwurst, die Kackwurst. Mein bester Freund. Die Kackwurst. Halt dein Schnauss. Und mal. Halt dein Frans und mein Name. 187. Ach so, hier, oder? Oh, jetzt hab ich ne TikTok nach hier. Das Ding ist, äh, hier, äh, Leonie. Hm? Ich stell mir jetzt mal so vor, ne? Wenn das so wäre und dann wird Flo einfach direkt mit mir Kontin machen. Gut, das interessiert mich eigentlich nicht, aber... Na ja. Ich hab... Flo macht voll die guten Klicks, ne? Hast du gesehen? Auf der Meme-Page? Das ist, glaub ich, Tamara. Nein, nicht Meme-Page. Allgemein auf seinen Account, normalen Account. Der macht, äh, ihr macht... Das war jemalige Überhunde gleich. Der macht... Weißt du, der macht von je überhundert Krel. Er er weist, du wie, Flo's Freundin heißt? Was? Tamara. Oder? Sarah, Lara und Tamara. Sarah und Tamara. Ich hab keine Waffe. Lena, komm mal hier, äh, Leonie. Hier. Hey, war Leonie nicht Flo's Freundin? was hast du gesagt sie waren noch nie zusammen das dinge fluss hat doch fluss sagt auch die ganze zeit so dass du mal hier mal auf bitte die fluss sagt auch die ganze zeit dass du ihm auch mal geschrieben was dass du ihn geliebt hast zusammen oder sie war ja ja weil du halt irgendwie mit anderen jungs oder so beschrieben was er schafft auch mit anderen mädchen so höhlich mein bestes die felsmacht ist die worte machen es war zu leonikon was dann war da wo ist sie einfach ab ranja das mache ich denke eine mutter am arsch ficken zum glück habe ich die technik bekomme ich schwöre ich habe hier schon ein schwarzes agenten auftritt wo haare wirst gegner ganz freundlich hat die gewinnt da vorne bei der scheinung einfach ich habe keine mal ein bisschen kränken 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 kommt man mit bei mir klopft das ist so geil wir haben schon so auch in gelten ja bei mir bei mir bei mir ja 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 bei mir sind zwei bitte 266 minus bei dir an wir ich komme nein das krieg das kriegt bei gott ranja nice und steht hoch bitte oh mein gott habe ich ja und der andere hat mich dann genockt hat geben wir es mit geht bitte wer es hat ich habe das danke kann kommen wir mit dann nehme ich das holz wieder dann habe ich ja gemerkt dass wir es aufkommen so ein richtiger staubsauger ja also ich habe ja schon als er hat jemand pappen und ein bisschen ja bleiben noch wenn ich bleibe noch kurz hier worte jetzt er kommt mal hier ist ein biggie verborgen hallo biggie wo ist hier wo es hier im biggie können wir schauen ja können wir gleich gegner ich überfahrt die 222 bis zum 3 hä was da gibt mir die gehörte krass aber magister ich weiß ja mein bord der what the fuck ja vergewaltigheit gleich mein schlösser das dürfen sie nicht dass er sich nicht zu jetzt sind die besten eine mutterdäger was macht er mit sind als pc spieler was will man erwarten wir haben kein klub gemacht wir haben sogar plus gemacht heute ich höre ich blut blut ich bin du blut du blut ja durch den klaster vorbeibringen naja eine freundin von mir immer wenn man eine freundin von mir danke sagen leckt sie das ab das machen wirklich einige das ist ja nicht giftig weil man hat selber blut im körper warum sollte es giftig sein und gut schmecken weiß ich nicht schmeckt das überhaupt ich probiere das jetzt nicht ich wünsche das jetzt aber es leckt hallo oh nein digga vor mir sehe ich doch und so ein dynamo team oder so man muss ja nicht auf den bluten er macht den schwulen im ort digger den effektisch im ort und dann hätte ich für dich im ort ist der pony wird mit vorm wir gehen misty ja nein bei gott nein es tut mich nicht da und seit draußen bleiben wer denn der typen ob mich nur ein erfahrer ist ein dummer freund von ranger er feiert dich eigentlich also werden kennst du nicht er feiert mich ah ja deswegen ob du mich die ganze zeit so nein das nur wenn du beleidigst wenn du das auch noch ein erfahrer warum sollte man mich eigentlich feiern hast du kontakt mit jose nein natürlich nicht ich habe ich habe nicht mal deren nummer sie hat nur gut gesagt warum kann man eigentlich nicht als mod genachrichten anpinnen weil du nicht der inhaber des teams bist du bist zu einem mod kannst heute weg waren timer und dies das ist aber nicht inhaber des teams nicht mal so nah bei des teams halt die fresse wirst du in haut des teams wurde ich hätte ihn schon dreimal gemeldet ich hab dein team schon dreimal gemeldet ja was ich hab dein team noch gar nicht gebildet eigentlich noch nie gut so genau bei gott nein am ende ist so 50 mal schon ich hab dich einmal gemeldet aber da ist auch schwester oder so sagen glaube ich mal nur einmal schulds schulds wenn du jetzt sagst was das ist ne dann ich komme persönlich zu dir mann hatte keine kindheit ab sofort kann ich könnte es mir vielleicht sagen vielleicht kenne ich das aber es kann es nicht zuordnen und wer der letzte ist den kann man nacken schott gegeben sagt mir ich hab's nicht verstanden hier ist ein biggie den gönne ich mir genauso was andere was das hat man gehört also ich habe ich nicht also ich habe nichts gesagt okay also hat nichts gehört man versteht so oder so nicht red bulls sie bei hey manu hei tamara willkommen das genägt eventuell abo hamada das ist los sie ist nicht mal mit flot zusammen glaube ich nein die haben sich irgendwie getrennt oder so wegen irgendein grund genauer glaube ich noch befreundet hat er jetzt noch eine steine ne stoppen hier ähm warte ähm ding ding ich wollte irgendwas sagen mann ja noch aber ich weiß nicht wie lange ach so hat jemand starke moni schade doch hier 25 kann es mir geben meine bis nicht mehr gut mit engel doch ich bin auch mit dir zusammen hat die fresse du kröte als maul der karte die ihr es ist es war eine katze ich dachte es ist ein stein das baby jetzt war krieg ich weiß nicht ich habe nicht geschwister schön alle wissen die große halbschwister doch alle ich er krieg den neuen monaten neues ich wollte schon sagen ich kann schlechtes baby im hintergrund einer wenn sie sich auch das sind angestellen gibt hier überhaupt an das zu der truhe gehen lass zu der truhe gehen die 100 meter entfernt es war noch mal stehen das ist einfach laufen hat der leonie worte nämlich auch mit ich habe zwar noch zuschauer aber scheiß drauf ich muss auch noch machen okay und hier können wir aussteigen oder nicht durch mach du bist dran sei leiser an wir oh nein ja aber selbst selbst zweimal verkacken junge selbst auch einmal verkacken ja einmal nein nein ich finde es wenn es beim 4 4 4 meine trug meine bg meine bg ist der lauf 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 du hast du weg hast du jumpet ja ja ich habe auto kommt rein euer taxi wie in gta muss ich mich zuerst umdrehen und sagen wollen wollt ihr lasst mal hier oben hin bitte nicht aussteigen das ist eine verbotene tue ich steig deine mutter nicht meint halt die fresse du bist so doof in deiner birne oder nein nein darf ich fahren nein bitte lass mich einfach fahren ich bin am besten bitte manne digger bei dir du bist du okay du darfst hier ich bin aber nicht ich bin ich bin ich bin du Krass kann ich bin war du warst ich bin ich bin ich bin ich bin das verlaufen Scheiße, gar nicht genug. Mangel auf. Man, holt es vor! Schieß, kein Tor! Scheiße! Wenn Tone dich holt! Scheiße, gar... Nee, holt es nicht! Nimm mich mit! Nicht mit! Sie nimmt lieber mich mit. Ja, was? Otsch! Ich hab nichts gesagt, okay. Hm. It's too much, it's too much, it's too much. It's too much, it's too much. Wait, 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 wait! Die werden gleich runterfallen. Oh, da sind sie so unten gebaut. Nee. Nicht runtergehen, nicht runtergehen, bleibt high! Das sind die Laufender. Die sind links unten. Da kommt jemand, da kommt jemand, da kommt jemand! Oh nein! 20er? Nice. Rechts. Close. Ich bin ne Busch. Der hat ne Auge. Sind zwei. Headshot dead! 20er? Close, der what dead is? Ich bin auch dead. Da unten. Da unten. Ja, hier sind ja auch welche. Oh, man hat den Dessen noch neben dir. Ich kann nicht platzieren! Uff! Ja, ja, er hat... Deswegen spielt keine Arena. Okay, gleich kommt ein Ausmaß, wenn wir jetzt diese Runde sterben, Digga. Nee, lass einfach kröer. Ja. Lass meine eigene Map gehen. Ich hab gar keinen Bock zu fighten. Was soll man dann spielen? Ich... Frag Leonie, ob... Ähm... Ähm... Äh... Keine Ahnung. Mann, was willst du gerade sagen? Wann? Was willst du gerade sagen? Äh... Du fragst Leonie oder so? Wolltest du was anderes sagen? Ich weiß auch was du meinst. Oh Gott, der Troll ist Liebe. Ja, so heißt sie. Oh, oh... Ich weiß auch was du meinst. Oh Gott, der Troll ist Liebe. Ja, so heißt sie. Ja... Ja... Den erzähl. Willkommst du ihm das Kind da genau, oder... Oder denne, sei doch noch. Das war ich nicht mit deinem zweiten Account. Was ist? Nichts. Ist das dein zweiter Account? Ja, ja. Okay. Auf einmal krieg ich jetzt wieder zuschauen. Das ist wieder nice. Würdest du hier ein Hund werden, eine Katze werden, ein Schwein werden, eine Schlange werden, ein Baum werden? Ein Hund. Baum. Aha, du bist abgassig. Du stehst dann rum. Baum. Der soll ich als Mensch, das soll zu dir als Baum hinkommen, der uns so deine Rinde küssen, oder wie? Ja. Okay, mache ich. Äh. 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 Ach, sieh. Ach sieh. Ach sieh. Ach sieh. Ach sieh. Ach sieh. Ach sieh. Er hat ja getimoutet. Er hat ja getimoutet. Er hat ja nur getimoutet. Was ist die Stream-Element? Ähm. Ich wurde vom Moderator gesperrt. Wer? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht mehr reinschreiben. Ach das. Was? Wie geht's? Ja, gut dir. 60 Sekunden. Warte. Taschrechner regelt. Ähm. 60 geteilt durch 600. Ah, bist du doof? Oh. Oh, 600 geteilt. Oh, 600 geteilt. Nein, nein, richtig. 60 geteilt durch 600. Weil, 60 ist eine Minute. Und dann das Zehnfache ist, äh, äh, 600. Ja. Ja. Also 10 mal 60. Zehnmal. Äh, sechs Minuten. Ach, du bist so doof. Dann lege ich falsch. Guck mal. 60 Sekunden sind eine Minute, ne? 480. So viele Minuten. Ja, ist richtig. 600 Sekunden sind, äh, 60 Minuten. Bist du doof? Okay. 1 Sekunden. Hallo. Sei mal jetzt leiser. 6 Minuten. 6 Minuten. Äh, was ist 6 Minuten? 60 Sekunden sind eine Minute, ne? Mhm. 10 mal 60 sind 600, ne? Warte. Warte, warte, warte. Mal 60. 60 Sekunden ist eine Minute. Ja. Das heißt, 60 mal 6. Warte, warte, warte. Mal 10, du Bastard. 60 mal 10 sind, äh, 6... 600, ja. Komm mal kurz raus. Wo bist denn du? Äh, zur Zentrum. Am. Ich bin gar nicht. Ich bin gar nicht. Warte, 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 warte. Das geht ein bisschen schwul aus. Ich weiß nicht warum. Ja. Äh. 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 Oh, achso, falsche Person. Scheiße. Ja, verlad ich mich ein. Bitte lass... Ich lass ihn kurz ein, danach kicke ich ihm wieder, okay? Ja, okay. Guckst du an Leonie? Ja, okay. Hab ich mich eingeladen. Äh. 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 Darf man mitzocken? Grad nicht. Sorry. Also... Ja, grad nicht. Vielleicht später. Ja, was? Äh. Äh. Nichts ja. Ach du Scheiße. Nee, nee, grad keine Scheiße. Ich bin echt. War ein Spielkanal oder so. So, ey, Ding, spielst du als Cup oder Anani? Äh, nein, vielleicht... Äh, Cup oder nicht. Ich spiel mit Malu, jetzt gut. Ich und Leon nicht spielen schon. Hm? Ihr beide spielt? Ja. Wie bist denn du? Ich weiß. Hast du PR, Manu? Nein, hat er nicht. Ja. Ey, Leonie, hast du PR? Hm? Ich weiß nicht mal, was das ist. Hast du PR? Nein, Diagon. Wo seid ihr drin? Digga. Die Junge hat der AEHS oder so? Die Junge hat der AEHS oder so? Ja. Ich guck... Ich guck... Nee, ist so frech. Ich guck mal jetzt an den Checker nach von dem... Manu, der Krebs. Es tut mir leid, Manu. Das musst du mal. Ich meine, sag du mein Lambo. Alter, du Hure, Sohn! Deke, du mein Lambo! Deke, du mein Lambo! Deke, mein Lambo. Nein. Ero. Ich spiel' gerade aus dem Keyword. Ich schläg's ein paar Edits, Junge, du Hurensohn. Ja, von Plexi Mokotel. Warte, 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 warte. Nee, Krebs. 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 Ja, okay, man. Ha! Sona Wave 61! Du oksola 25. Wie lange Locken- und das passieren? Ja, so dumme, genau. Proz Episier des Objekten. Der R4 hat einen Settel zu Meppen. Der ist aber die Sonsiemen. wie schlecht darf es nicht nie darfst du nicht der mutternd sein der jahr ich weiß dass ich nicht so gut bin kaum ein bisschen enthält markant werden die jahre können wir gerade ausbauen einfach gut ist meine ende zu ja ich habe ich brauche okay warte nee 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 warte jetzt ab warte jetzt ab flex mal Leipzig er ist halt aber du hast nichts die man in der Karte macht noch einmal erneut die Bette kommt sind gekommen auch mal erwarte ich war ich will sehen oder auch jemand an ein komponter spieler oder auf Keyboard eine Kunde auch unter gar machen auf dem Schuhlau-Kummer ich wurde wieder gebraucht die Koffer ist zu gehen die Leipzig oder zu beantwortet und negativ oder positiv mal positiv und jetzt machen wir so und jetzt bin ich er will noch nicht ich komme ich glaube ich bin worden nein einfach mal richtig mache ich gerade gerade was wir an der sonne kommen ja mal hier frisst man hätte die klappe machen wir kommen was ich machen Warte, okay, guck mal, äh, warte, 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 guck mal, äh, hier kommt ein Banani, ich kann, guck mal, unten ist ja nix gebaut, ne, ich kann das auch zum Tragen. Mach mal. Guck, mach mal du. Ja, okay, warte. Mach den Boden zu deinem Boden. Oh. Okay, warte, 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 mal, wir machen es an. Muss den veces qu mam, roe, muck so, mit. Nein, guck mal, du,ending, guck mal, guck mal, warte, 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 So, warte. so warte so kriege es dann warte uuuuh uuuuh hey guys, war gut eigentlich ich spiel nicht so lange auf Maus und Keyboard ja, spiel ich auch nicht, Manu also, man kann ja von denen, du bist eh ein Loker ey, manu, 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 manu ok, das kann ich auch gucken bleib mal steh, bleib mal steh, Leonie, bleib mal steh ah, ich hatte Achmed einen, Digga, ACHMED! falsch da kommt mein Lieben, da kommt mein, da kommt mein Junge ah, guck mal rein, guck mal rein, JA! mir ist ein Achmed jetzt! da hat deine Fresse Achmed! da gehen die Helge und ziehen das gleich drauf Achmed, Achmed Achhi! was geht denn, Bruder? achi achi man, ey, Manu, ne, hat grad geflextet das ist besser als ein Bougar ne, was willst du denn, Univet? ja, ja was ist ein Bougar? es gibt dir gleich Bougar oh, guck mal, er macht seinen 90 schneller als Bougar und, äh, Facebook zusammen was da warst du? einfach komm mal wieder runter, die hat man nicht so viel hinflüge komm runter manu, manu, komm her der ist Handy, triggert mich gar nicht schrägert dich halt die Fresse ja, Bruder was willst du? komm her, manu, komm her ich zeig dir Maus mach mal nach, ja komm komm, du bist hier oben, ne? du gehst so, machst du so, komm komm ich zieh sie runter, machst du so ich kann aber Bougar mit der gleichzeitig play, das muss ich noch üben warum nicht? die Fresse, Alter, du spielst safe länger als ich und nein, ich spiele seit einem Monat da ist auch so, wie gewählt ich der Mausgefegt? was? warte, warte, ich will jetzt mein Auto platzieren ich hoffe es kommt schwarz raus halt deine Fresse, mit was wie setztest du? ey, mit was wie setzt du, du Affe? halt die Fresse mit was wie setzt du bist du dumm? ne, ich tu einfach nur zwei Tasten du isbem, hä hä? hä, bist du dumm, Digga? ich bin ein Trick, ne? ich bin ein Trick, ne? ja, ich weiß ey, komm mal mal guck mal, ich lass dir ein Trick, ne? kannst du das eigentlich guck mal, guck mal du warst ja immer, du machst ja immer zwei, du machst ja immer, du dragrig ne? du musst, bei mir musst man noch Maus anti huiiii ui warte, wie muss ich das auch machen? warte, wie muss ich das auch machen? ich weiß nicht, ob ich den Trick sagen soll ich weiß was mit scroll wie er weiß ich ja ich weiß nicht weil ich mal mit zwei jahren aufmachen kommen wir doch die sinne es ist nun manchmal so keine ahnung ich weiß ob ich sie sagen dann habe ich gesagt dass ich auch gute idee kann ja ist einstieg ich bin kein lkw mit mehr reifen hat deine fremden wer hängt uns dahinter her dein vater oder ich was auch bisher erfahren gut aus deiner sicht oder aus deiner sicht das adr ist kind was die fresse ich glaube ich finde ich steckte man dann auch steckt dein kopf in dein arsch rein digger dann hast du noch einige jetzt was mitbekommen ich denke es hilft uns wird er ja hier geht es ja geht so also er vertreten ein bisschen durch seit es mal ist was man das war ein dann herr gib ihm mal die nächste weg bitte der fette mutter er war jetzt auch so von dem herrn das ist eine kündige er fand du hast die kulture genannt das heißt dass du ein crush auf sie hast das weißt du schon du schluckst du bist ein mädchen nicht ich hat mir jetzt bitte die fresse okay ich würde so machen der so eine stimme hat das hat er nicht gesagt das hat er nicht gesagt das hat er nicht gesagt er fand das hast du nicht gesagt leonid du kannst du es nicht gehört machen wir erst dieses jahr genau hier platzieren wir machen so ihr beide seid komplett am durchdrehen jungen chillt mal eure lage jetzt what the fuck die fresse hallo hier bin ich hier bin ich hallo hinter dir hallo die uni hier kommen nein ich hab dir was gebaut also du sollst halt mit mir mal kurz mitkommen warum du sollst ja nicht du sollst ja nicht in den gruppen chat du sollst du sollst ja nicht in den gruppen chat Ich ein Noch mit denen zusammen ja Solche Spastis Also ran wir ist jetzt kein Spastis aber eher auffahren Was sollen wir machen? Mh mega Na das ist einfach Kräher Ja Also danke Leonie für dein Smiley also Sexy ne? Hm? Sexy ne? Ja Ich 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 Das ist Ich 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 was machen wir jetzt? I don't know. Das ist erfahren. Ja, das suckt mich nicht, Junge. Sonst schreibt ihr noch einmal so was rein, wird er gebannt. Komplett. Kommst du? Okay. Warum schickst du dann ihr Leonie Herz im Mord, wenn du mit Lena zusammen bist? Weil es staatlich ist, du dumm Kopf. Das ist eine sie. Also nicht diese Dark-Age oder? Sie ist freundlich. Hm. 17 oder so. Ja. Das gehen sieht so komisch in so einer Box aus. Ja, sehen wir unsere AP wieder nicht. Hm. Ich möchte auch den Battle Pass, weil ich feiere diesen einst Kinder. Ich bin grad an überlegen. Was bist du am überlegen? Na, ich glaub ich, Maas. Was denn? Was denn? Was denn? Ja, wo also ich denn ist es? Wovon hast du grad geredet? Ja, vom Battle Pass. Was? Ja, also? Sie kennt mich nicht mal, also soll ich sie nix sagen. Doch, kenn ich. Doch, kenn ich. Dass du schon leise 100 bist. Ja, danke. Weil, weil, doch, ich kenn sie, weil ich sie mal beim Gordon live war. Oh, das ist so. Äh. Denk wie, Aua. Dichy! Gleichfalls. 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 Ja. ich glaube ich bin es dumm um zu checken was jetzt mit dem bellet was meins ich glaube du bist da wirklich ein bisschen zu doof ja 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 es ist egal 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 was du noch sehen nein 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 du ehrenlose sorry was geht ich muss halt dann essen aber ich bin eigentlich war 18 der cup melina hallö schon heilkostüm das kinder genaute ok dann gehe ich um 17 30 essen bei einem ich in den kampf spinja ok du ist ja dann wahrscheinlich wieder nebenbei oder dann kann ich das für ruhige schmerzen beruhigend naja du genießt dann essen halt na ja ich weiß halt aber gut ich habe mein mikrofon pegel auf holen aber ich weiß trotzdem schon mal und ich weiß trotzdem schon unter schmerzen so hört morgens da bist du guckmann leidung von los das krebskind ok du hast gleich weg gebannt ursprünglich auf der stirbseite kontrolle das machen melina was meinst du mit kontrolle mit der kotze rauf mit der aim ist es amal bei uns guck mal in deinem chat du nimmst den du nimmst den schurt hart durch das hört sich so falsch? ähm 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 ja musst du mir was sagen? nein nein ähm oh mein gott 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 ich bin zu gut alter oh mein gott du nimmst den schon hart durch ach so kacke wie suchst du meine birne was wie du das gerade gesagt hast suchst du meine birne nicht drisst aber dann hast du ihn doch getroffen die war voll fett die war voll fett die birne ist heute fett ja bauschmerzen voller lachen okay 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 nein ouch Schauоном Fick dich ist kein einzelsport ja mit dir oder was ist nichts alles cool also wird später mal richtig durch die decke gehen was was hast du jetzt gesagt hat er nicht gesagt er ist mit dir sein muss oder stimmt alter hallo das finde ich aber nicht nett ich hab so ein aimbot mit der waffe der wirst du hat es ein ap schon sexy ne ich hab ne ich hab Ich hab ne Ska und ne Spast, ne? Fun. Ouch. Oh! Du Ehrenlose! Ich hab dich auch lieb. Richtig auch. Schon scheiße war 50er, ne, schoß auf. Ne, weil ich würde, also mein Mund hat gesagt, dass ich erstmal keine PSN-Karte mehr bekomme, aber... Äh, und ich will halt den... Den Ballpass, das weiß er auch. Äh, er hat bei mir viele B-Bix. 950. Nur 50. Ja. Ich hab 100. Hm. Der Ballpass hat schon mal... Aber es geht. Also es gibt nur eine oder zwei nice Skins. Auch der Rick, zum Beispiel, feier ich jetzt nicht so. Ich will den Ballpass wegen die zwei Mädchen und wegen Rick. Ne, wegen die drei Mädchen und Rick. Deswegen, wenn ich den Ballpass... Man, ich hab keinen Aim. Flo, moin, Kostüm, das Gelagter. Ich schwöre, äh, vor einer Weile, ne. Hm. Da hab ich schon den Aduo gespielt. Wir haben uns, äh, und die ist Herz in Mut gemacht, ne. Hm. Und dann kam einfach zwei Leute und haben uns ausgelacht. Cringe. Junge, weißt du, wie ich hätte ausrasten können? Ja. Ich hätte die einfach abgeworfen, hätte die geerdet und hätte so eine Ansage gemacht, Junge. Dass man sich überliebelustig macht, ist halt echt cringe. Nur weil die noch keine Freundin hatten. Ah, was Erdenlose. Hey, warum? Komm. Kostet. Leck mich. Gern. Was? Gib's was Spaß, tschütte. Soll ich zu Lixi-Fornix dir, Mirka? Ey. Ey, ich geh dann gleich, äh, Ding, ne. Geh mir gleich nochmal den Battle Pass angucken. Leck. Leck. Machst du nur? Ich hab grad was gesagt. Hä, und was? Willst du nicht wissen? Was? Willst du nicht wissen? Sag mal. Nein. Bitte. Nein. Wenn du mich magst. Ja, ich mag dich, aber ich kann's nicht sagen, weil's zu cringe is. Im Vermeersten Sinne? Ja. Ist okay. Ne, 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 ne. Ich war stuck. Step, bro, I'm stuck. Okay. Ich geh jetzt in die Lobby und guck mir den, 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 den. Den, den, den. Den Skin. Also, ne, die Battle Pass. Ja. Ich feier den halt übel. Sag, warte, Pass. Hm. Was denn? Ach, nix. I believe I can fly. I believe I can touch the skin. Ey, das ist so nice. Wie schon? Ich weiß. Und der Tanz von ihr ist auch geil. Das geht. Den nennen wir auch den Gate-Tanz. Oh, ich will einen Skin haben. Hm. Wie lang geht es noch? Ähm, bis zum 12. September, wieso? Ähm, mal gucken. Mach's gucken. Hm, wirst du noch sehen. Hä? Du checkst es wirklich nicht, oder? Ich check's auch nicht. Ach, egal. Warte einfach ab. Auf was denn? Auf etwas. Wie das Kind ist so nice. Ich sag mal, auf was soll ich warten? Mama, ich möchte es genau haben. Soll ich dir das wirklich sagen? Ist mir ein Schicker. Ja. Ja, okay. Ich bin grad so in Überlegung, ob ich dir, ähm, am Ende des Monats, wenn ich die 20er bis hinbekommen, den Bellepast zu schenken. Wieso? Habe ich Bock drauf hab. Ja, aber wieso der mir? Hm? Wieso mir? Na, wieso nicht Lena oder so? 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 Ja, wieso nicht Lena oder so? Kann ich ja auch. Ich hab' den Paket. Okay. Ich finde halt ein Battle Pass nice. Hm. Und ich möchte einen Tanz haben unter Tasse Junior. Ach ne, Lena hat ja Battle Pass. Echt? Ja, am Anfang hat sie die UFO Emote gemacht. Der Battle Pass ist halt schon nice. Und was? Heute ist der 17. Im Morgens soll halt irgendwie was Krustiges auf der Erde passieren. Oh oh. Und was? Äh, vielleicht dass wir Kontakt oder so mit Aliens bekommen. Veit, Achmed, YC, Hei, bekommst du. Hey, meinst du, meinst du, meinst du, meinst du, meinst du in real life oder äh, real life? Ja. Ja. Ja, wahrscheinlich. Ja, das kann sein, weil es gab schon viele Alienssichtung und so weiter. Richtig? Ja, z.B. meine Mutter hat damals auch ein UFO gesehen. Moin. Ich will einstellen. Ey, ich will den Tanz... Baby, komm, wir gehen Richtung Galaxie 10. Wo wir sehen können uns keinen. Master Skin Contest. No, I'm not doing this. Wieso? Ich hasse es gekutzt. Der Skin ist halt nice, ne? Äh, Dr. Sloan. Geht so. Tim Klingler, ah ja. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich beendet glaube ich gleich streamen. Okay. Weil guck mal, wenn ich den Ball pass hätte, könnten wir auch die Kombi spielen. Ist halt so. Wie viel bitte ich dann hast du eigentlich? Ähm, ich habe gerade 188. Damit könntest du die ganze Battle Pass dann durchkaufen. Hä? Ja, keine Ahnung. Ich habe ihn ja nicht. Du bist das mal Stufe... Du bist nicht mal Stufe 60? Nuh, nuh. Na gut, ich spiele es ja noch nicht so oft. Ja, ich darf ja noch machen. Aber wenn ich Ferien habe, werde ich durchsuchen auch schon mal nicht. Ui. Ja, okay. Kann ich ja nur bis Level 100. Ui. Ja. Ja so. Ja so. Na gut. Egal Leute, wenn ich jetzt einfach streamen, weil ich keinen Bock mehr habe. Es ist ja schön, dass du dabei bist, war das jetzt mein Essen. Was auch immer. Ich mache es. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hier.